Wir haben ein sehr ernstes Thema von Kreta nach Malta. Wir leben, glaube ich, im letzten Sturm. Und für Ende dieses Jahres, 2015, hat Papst Franziskus ein außerordentliches Jebuläum der Barmherzigkeit angekündigt. Es fängt am 8. Dezember 2015 an und endet am 20. November 2016. Die Nachrichten berichten dieses heilige Jahr der Barmherzigkeit. Ist das nicht ein frontaler Angriff auf die Reformation? Ist Gott nicht der barmherzige Gott, der jederzeit zur Verfügung steht? Braucht man unbedingt ein besonderes Jahr und dann noch meist Jubeljahre, 50 Jahre auseinander, Sie reduzieren es ja manchmal auf 25 oder weniger. Aber trotzdem, Gott ist doch zugänglich jederzeit. Aber im kabbalistischen Denken, im Gnosticismus, ist dieses Jubeljahrprinzip sehr fest verankert. Und Kabbalisten haben immer bestimmte Daten, bestimmte Zeiten, in denen sich Ereignisse erfüllen müssen. Glücklicherweise dienen wir einem Gott der Gegenwart. Ein Gott, der ein persönliches Verhältnis mit seinen Menschen sucht. Und wir haben ständig Zugang zu ihm. Jede Zeit, irgendwo, irgendwann. Ich brauche nicht zu einem bestimmten Platz hingehen, um Gottes Zuneigung zu finden. Ich habe Gottes Zuneigung schon bekommen. Er hat seine Liebe bewiesen, als er für mich am Kreuz starb. Hier ist die offizielle Ankündigung, die Verkündigungsbulle des außerordentlichen Jubiläums der Barmherzigkeit. Und wir wollen mal lesen, was der Papst hier so sagt. Wir brauchen ja nicht alles lesen, das ist nur vollständiger halber, es ist da. Ja, außerordentliches Jubiläum der Barmherzigkeit. Ein außerordentliches? Es soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und helfen, das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen. Also die Kirche soll wieder ihren Stand erreichen und die Kirche ist die Mutter, in der der Erlösungsplan sich abspielt. Das Heilige Jahr wird am 8. Dezember 2015 dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria eröffnet. Jetzt erstens, dieses Dogma ist kein biblisches Dogma, denn nach dieser Lehre war Maria unbefleckt, ohne Erbsünde. Jetzt wenn man ohne Erbsünde ist, dann ist man vollkommen und somit auch nicht, naja, der Tod hat dann keine Wirkung auf so eine Person. Natürlich, wenn Gott eine Person wie Maria nehmen konnte und fährt, erklärend, sie sei ohne Erbsünde geboren, dann hätte er das ja auch mit uns machen können. Und wieso hat er es nicht mit uns gemacht und nur mit Maria? Denn die Bibel sagt eindeutig, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Mit anderen Worten, Maria musste genau so gerettet werden wie jeder andere und kann unmöglich ohne Erbsünde gewesen sein. Sie hatte eine sündige Natur wie jeder andere und hat genauso einen Erlöser nötig wie jeder andere. Gott ist nicht arbiträr, hat eine Erlösung für eine Person und eine andere Erlösungsart für eine andere Person. Nach katholischem Dogma erben wir die Sünde Adams und Evas. Aber die Bibel ist ganz eindeutig, dass wir nicht die Sünde der Väter übertragen können auf die Kinder. Die Bibel sagt, wir haben die sündige Natur geerbt, aber nicht die Sünde. Für die Sünde ist Adam und Eva allein verantwortlich. Aber wir erben leider die sündige Natur. Denn Adam und Eva konnten nicht weiter vermitteln, was sie nicht mehr hatten. Sie konnten nicht eine Sündlosigkeit übererben, wenn sie sie nicht mehr hatten. Also der Papst schreibt weiter, dieses liturgische Fest weist darauf hin, wie Gott seit Anbeginn unserer Geschichte gehandelt hat. Nach dem Sündenfall Adams und Evas wollte Gott die Menschheit nicht alleine lassen und dem Bösen überlassen. Darum wollte er und erwählte er Maria, heilig und untadelig in der Liebe, um sie zur Mutter des Erlösers des Menschen zu machen. Ja, das ist eine ganz sonderliche Lehre, die man nirgends in der Bibel findet. Es ist ja so, dass Maria gewählt wurde, um die Mutter Jesu zu sein. Sie war nie und konnte nie die Mutter Gottes sein. Die Mutter Teresa sagte schon immer, keine Maria, kein Jesus. Aber ich möchte es gerne umdrehen und sagen, das ist total verkehrt. Kein Jesus, keine Maria, denn Jesus war von Anfang an. Aber jedenfalls, diese Theologie, dass Maria eine Mittlerin ist, ist eine rein katholische Theologie und ist nirgends in der Bibel zu finden. Der Papst schreibt, ich habe den 8. Dezember als Eröffnungstermin gewählt, weil er eine große Bedeutung in der jüngsten Kirchengeschichte hat. Ich werde nämlich die heilige Pforte genau 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Ekumenischen Konzils öffnen. Hier haben wir wieder das Jubeljahr. Und für einen Kabbalist ist das ja was ganz Sonderliches, wenn man ein Jubeljahr hat und dann müssen bestimmte Dinge in die Reihe fallen. Und wenn man noch ein Jubeljahr auf ein anderes Jubeljahr legen kann, dann ist das für einen Kabbalist was ganz Sonderliches. Und ein Jubeljahr über ein Jubeljahr, unter ein Jubeljahr über noch ein Jubeljahr, das wäre ja die reinste Wonne. Also so ein Jubeljahr haben wir und wir werden sehen, dass etliche Jubeljahre aufeinander liegen. Die katholische Kirche, während sie durch dieses Ekumenische Konzil die Leuchte der katholischen Glaubenswahrheit hochhält, will sich damit als eine sehr liebevolle, gütige und geduldige Mutter aller erweisen. Ist das nicht barmherzig? Voller Erbarmung und mit Wohlwollen für ihre Kinder, die von ihr getrennt sind. Eine faszinierende Theologie. Auf der gleichen Linie liegt der selige Paul VI. Also hier haben wir wieder die katholischen Heiligen, vor allem diese Päpste. Papst Paulus war ja im Zweiten Vatikanischen Konzil und zusammen mit Papst Johannes dem 23., der jetzt auch ein Heiliger ist. Also diese Personen, die dazu führten, dass die protestantischen Gemeinden wieder zurückkehren sollten zur Mutterkirche, die sind alle Heilige heute. Das ist ja faszinierend. Die uralte Erzählung von barmherzigem Samariter wurde zum Paradigma für die Spiritualität dieses Konzils. Eine Woge der Zuneigung und der Wertschätzung für die moderne Welt ging von diesem Konzil aus. Natürlich werden die Irrtümer abgelehnt. Welche Irrtümer? Sind das die Irrtümer der Protestanten? Das verlangt die Verpflichtung zur Liebe und nicht weniger die Verpflichtung zur Wahrheit. Aber für die Menschen gibt es nur Ermutigung, Respekt und Liebe. Also die Personen sollen wieder aufgenommen werden in das Mutterherz. Aber die Fehllehren des Protestantismus, die müssen entfernt werden. Alle dieser doktrinäre Reichtum hat ein einziges Ziel, nämlich dem Menschen zu dienen. Also die katholische Kirche hat sich ja entschlossen beim Zweiten Vatikanischen Konzil und Papst Paulus hat es ganz deutlich gesagt, dass das Ziel der Kirche ist der Mensch in seiner Totalität. Er will sich dem Menschen zueignen, um es ihm zu ermöglichen, sein Königreich hier auf Erden aufzubauen. Aber biblisch, wer will das Königreich hier auf Erden haben? Der Herr sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Dein Königreich komme, nicht dieses irdische Königreich. Ein Jubiläum bringt es mit sich, dass wir auch auf den Ablass Bezug nehmen. Es ist faszinierend, dass der Ablass, naja, der springende Punkt war, als es kam, zu der Reformation an erster Stelle. Und jeder Papst seitdem hat immer einen Ablass gelten lassen. Und so auch Franziskus in diesem heiligen Jahr soll es einen sonderlichen Ablass geben. Jetzt was heißt denn das Ablass? Die meisten Leute heute haben schon vergessen, was das mit dem Ablass überhaupt war. Und wo kommt dieser Gedanke eines Ablasses überhaupt her? Das hat eine lange Geschichte. Und in der Urkirche war es ja so, dass die ganze Gemeinde sich entschloss, ob einer Mitglied war oder ausgeschlossen wurde, weil er eben Sünde begangen hatte. Und natürlich, der Sünder musste das bekennen vor der ganzen Gemeinde in der Frühkirche und sage, ich habe gesündigt, verzeihe mir bitte und so weiter und so fort. Und allmählich ist das ein bisschen geändert worden, denn die Leute wollten ja nicht, dass jeder gerade weiß, was genau in ihrem Leben so losgeht. Und so haben sie sich nachher so ein bisschen geändert und dann kam die Beichte so langsam in die Gemeinschaft hinein. Das ist natürlich auch nicht biblisch. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Fehler einander gegenüber erkennen, aber die modernen Übersetzungen machen, dass unsere Sünden, und das ist nicht biblisch, Sünde soll man zu Gott und Gott alleine bekennen. Aber unsere Fehler, die können wir bekennen. Verzeihe mir bitte, ich bin eine ungeduldige Person und ich raste manchmal aus, vergebe mir und hilf mir und bete für mich, dass ich mich da bessere und so weiter. Das ist in Ordnung. Aber dann kam der Gedanke, man muss einen Beichtvater haben und der Priester war dann der Beichtvater. Aber wie werde ich dann diese Sündenlast dann los? Und dann kam der Gedanke, naja, wenn du eine bestimmte Buße tust, eine bestimmte Strafe erfüllst, dann hast du einen Ablass. Aber naja, das ist dann ein einfaches Ding. Man tut dies, das oder jenes irgendein Werk und dann ist das Problem aufgelöst. Wäre da nicht noch eine andere Methode, die vielleicht ein bisschen schmerzhafter ist? Wie wäre es, wenn ich etwas zahlen müsste? So wie eine Geldstrafe vielleicht, wäre das möglich? Und so allmählich kam das System dann in die Kirche hinein und die Prediger hatten dann Zugang zu, naja, Geld, das sie vorher nicht hatten und sie bekamen eine bestimmte Machtsposition dadurch, dass die Kirche nachher merkte, das ist problematisch, wenn jeder hier so einen Zugang auf die Geldsachen hat. Und somit hat man sich entschlossen, nein, wir übertragen das lieber auf den Bischof. Der kann den Ablass haben. Und dann wurden die Bischofshöfe immer mächtiger und mächtiger und Ablass wuchs und wuchs in der Kirche. Bis der Papst endlich merkte, aber er ist nicht so reich wie seine Bischöfe. Und so wurde das dann übertragen auf den Papst. Er allein hat die Macht, diesen Ablass auszuteilen. Jetzt, was ist denn überhaupt ein Ablass? Ein Ablass ist eine besondere Güte, die die Kirche vermittelt an diejenigen, wo die Sünden schon verziehen sind, aber die Strafe ist noch nicht abgelassen. Also hier kommt ein Ablass für die zukünftige Strafe. Und diese Strafe geschieht natürlich im Fegefeuer. Und mit welchem Recht kann der Papst so einen Ablass vermitteln? Und dann kam die Theologie dazu, weil das funktioniert so. Der Herr hat Würde in die Hand der Kirche gelegt. Die Kirche vermittelt also über Würde. Wessens Würde? Tja, über die Würde Christi. Aber nicht nur die Würde Christi, sondern auch die Würde der Heiligen. Denn die Heiligen sind würdige Persönlichkeiten. Und viele Heiligen haben viel mehr getan, als was notwendig ist, um in den Himmel zu kommen nach dieser Theologie. Und da ist jetzt überflüssige Würde ein Schatz der überflüssigen Würde. Und der Papst hat Zugriff zu dieser überflüssigen Würde, die unendlich ist, wenn man die Würde Christi und die Würde Marias noch dazu legt. Und er schöpft aus dieser Würde und verteilt die Würde an diejenigen, die würdig sind, um das zu empfangen. Wie empfange ich es? Er kann es mir geben, aber ich kann es auch erkaufen. Und das war der springende Punkt, wo Martin Luther gesagt hat, wie kann ich Würde erkaufen? Und da hat er seine Thesen an die Kirchentür festgeschlagen. Und trotzdem heute sagt dieser Papst, ein Jubiläum bringt es mit sich, dass wir auch auf den Ablass Bezug nehmen. Also wieder ein direkter Angriff auf die Ansichten der Protestanten. Natürlich, diese ganze Theologie ist eine werksorientierte Theologie. Ich kann ein Beispiel geben. Kommen wir, wir sagen, meine Frau und ich haben Streit. Und kommen wir sagen, ich bin der Schuldige. Es ist ja meist so, dass ich der Schuldige auch bin. Ich gebe es ja auch gerne zu. Aber, komm, ich sage, ich überwinde meinen Eifer und meine Selbstsucht. Und es tut mir auch wirklich leid, dass ich im Streit war mit meiner Frau. Und ich gehe zu meiner Frau und sage, meine liebe Frau, verzeih mir bitte. Ich war wieder fehl am Platz. Kannst du mir vergeben? Und sie sagt, gut, ich vergebe dir. Geben einander ein Drückchen. Und ich drehe mich um und laufe weg. Und plötzlich kriege ich eine gelatscht, dass ich da hinfliege. Ich sage, meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Was machst du? Wieso latschst du mir eine? Sie sagt, ja, ich habe dir verziehen, aber du hast noch nicht den Preis für deine Sünde bezahlt. Das ist der Preis. Das ist katholische Lehre. Das ist katholische Lehre. Mit anderen Worten, Gott verzeiht dir, aber du musst noch den Preis bezahlen. Das ist werksorientierte Erlösung. Wo zahle ich diesen Preis für diese vergebenen Sünden? Ja, im Pflegefeuer. Ich kann ja nicht direkt in den Himmel gehen, wenn ich noch keinen Preis bezahlt habe. Also in den Himmel geht es nicht. Aber ich bin verziehen, ich brauche also nicht in die Hölle. Also erfinden wir einen Zwischenraum, der heißt das Fegefeuer, wo dieser Preis bezahlt wird. Ja, wo kommt die Gnade denn dann her, wenn alle Übertretungen einen Preis haben? Und hier kommt diese sonderliche Gnade hervor von den überflüssigen Werken, das ist Preis, zu dem der Papst als Haupt der Kirche Zugriff hat. Eine Theologie, die die Barmherzigkeit Christi total vernichtet. Jesus Christus bezahlt den Preis, er ist ja voll bezahlt am Kreuz. Jesus Christus verzeiht uns unsere Sünden und er hat den Preis schon bezahlt. Es gibt kein Fegefeuer. Man kann die Bibel lesen von Anfang bis zu Ende, es gibt kein Fegefeuer. Und die Reformation fing an mit diesem Punkt. Und bis zum heutigen Tag kommt Papst Franziskus und sagt, hier ist ein Ablass sonderlich. Er sagt weiter, die Barmherzigkeit ist auch über die Grenzen der Kirchen hinaus bedeutsam. Sie verbindet uns mit dem Judentum und dem Islam. Das ist ja interessant, dass beide, das Judentum und der Islam, Jesus als Sohn Gottes leugnen. Also wie kann diese Gnade sogar übertragen werden an diejenigen, die die Macht und den Sohn leugnen? Denn die Bibel sagt doch eindeutig, keiner kommt zum Vater außer durch den Sohn. Dieses Jubiläumjahr, das wir im Geist der Barmherzigkeit leben, mag die Begegnung mit diesen Religionen und mit anderen ehrwürdigen religiösen Traditionen fördern. Es mache uns offener für den Dialog, damit wir uns besser kennen und verstehen lernen. Es überwinde jede Form der Verschlossenheit und Verachtung und vertreibe alle Formen von Gewalt und Diskriminierung. Der Papst hat schon definiert, dass wenn man eine andere Glaubensgemeinschaft kritisiert, dann ist das gewalttätig, wenn es auch nicht physisch gewalttätig ist. Also in diesem geistlichen Kampf zwischen Wahrheit und Unwahrheit stellt der Papst sich ganz bedeutend auf eine Seite gegenüber denjenigen, die sich auf die Bibel berufen. Unser Gedanke richtet sich nun auf die Mutter der Barmherzigkeit. Für ihr liebevoller Blick begleite uns durch dieses heilige Jahr. Die Bibel sagt ganz eindeutig, unsere Augen sollen auf Jesus Christus gerichtet sein und nicht auf Heilige und andere Persönlichkeiten. Martin Luther glaubte an dem Todesschlaf. Er glaubte so wie Paulus, dass es eines Tages eine Auferstehung gibt und dass alle schlafen bis zur Wiederkunft. Somit auch die Mutter Gottes und hat überhaupt gar keinen Einfluss auf diese Welt. Unser Gebet richtet sich auch an die Heiligen und Seligen. Also die katholische Kirche macht es mit diesem Jubeljahr ganz eindeutig, dass nicht eine einzige Lehre, die im Konflikt war mit dem Protestantismus, geändert wurde. Im Gegenteil. Sie hängen es an die große Glocke und schauen, wir haben uns nicht geändert. Wir sind die Barmherzige, die euch wieder aufnehmen wollen und wir wollen eure Fehler nur entfernen. Aber wir sind die Mutter, wir sind die Barmherzigen, wir sind diejenigen, die die Gnade austeilen. Glücklicherweise habe ich einen Gott, auf dem ich vertraue, wenn es kommt, zu wer Gnade austeilt. Und dann beruft er sich auf die heilige Faustina Kowalska. Und die Protestanten lesen diese Dinge und merken nicht, wohin wir auf dem Weg sind. Sie, die berufen war, in der Tiefe der göttlichen Barmherzigkeit einzutreten, sei uns Fürsprecherin. Fürsprecherin. Die Bibel sagt, es gibt einen Fürsprecher zwischen Gott und dem Menschen und das ist Jesus Christus. Hier ist eine neue Fürsprecherin. Die Frau tut mir ja im Wesen leid, aber was hier passiert, ist eine Vergewaltigung des Evangeliums. Und er wirkte uns die Gnade? Ich dachte, Christus hatte uns die Gnade schon verwirkt. Stets in der Vergebung Gottes und in unverbrüchlichem Vertrauen auf seine Liebe zu leben und zu walden. Gegeben in Rom, bei St. Peter etc. Jetzt, wer war denn diese St. Faustina Kowalska? Und wie kann sie Mittlerin werden zwischen uns und Gott? Sie war geboren in 1905, gestorben 1938, selig gesprochen durch Papst Johannes II., heilig gesprochen durch Papst Johannes Paulus II. Ihr ganzes Leben als Nachahmung von Christi leben sollte ein Opfer sein, ein Leben für andere. Auf die Bitte ihres göttlichen Herrn bot sie willig ihr eigenes Leiden in Einheit mit ihm dar, um die Sünden anderer zu sühnen. Meine Güte! Wie viele Mittler hat die römisch-katholische Kirche, mit deren Würde sie spielen kann, wie sie will? Was für einen Sinn hat der Tod Christi dann? Was heißt denn diese Theologie? Verstehen wir heute noch als Protestanten, dass die römisch-katholische Kirche nicht eine christliche Kirche ist? Oder haben wir das vergessen? Weil sie den Namen Christus ab und zu mal nennen, heißt das, dass sie Christen sind? Wenn da so viele Mittler sind? Ihre besondere Hingabe und die unbefleckte Maria und die Sakramente der Eucharistie und Versöhnung gaben ihr die Kraft, alle ihre Leiden als Opfer für Gott zu tragen, um der Kirche und deren Willen, die in besonderer Not waren, vor allem große Sünder und Sterbende. Also eine ganz sonderliche Theologie. Es hat sich an der katholischen Lehre überhaupt gar nichts über die letzten 500 Jahre geändert. Im Gegenteil, sie ist genauso energisch, wenn es kommt, zu diesen falschen Lehren, als was sie vorher war. Und trotzdem, behaupten die Protestanten, macht doch keinen Unterschied, solange wir nur alle sagen, wir dienen dem Herrn Jesus Christus. Und wie steht das mit den anderen Glaubenskonfessionen und mit Islam und mit dem Judentum? Ein interessantes Buch, das erschien, das heißt Queen of All, Königin aller. In einer anderen Botschaft sagt Maria den Sehern, sagt diesem Priester, sagt allen, dass ihr es seid, die auf der Erde getrennt sind. Moslems und Orthodoxe sind aus demselben Grund wie Katholiken vor meinem Sohn und mir gleich. Interessant, interessant. Predige dieses Evangelium von der Erlösung. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Erlösung in Jesus Christus. Aber nach Maria, angeblich, sind alle gleich. Ekumenische Bewegung nach Rom. Wie weit sind die Wiedervereinigungspläne der Himmelskönigin? Also die Wiedervereinigung kommt von der Himmelskönigin. Ist der Papst, den sie leitet, dabei, alle Christen unter der römisch-katholischen Kirche zusammenzuziehen? Die Königin kündigt an. Die ganze Christenheit werde eines Tages unter der römischen Kirche wieder vereint sein. Also diese Maria und die Bibel sagt, wir sollen die Toten nicht befragen, aber diese Tote sagt, alle werden wieder unter der römischen Kirche vereinigt werden. Papst Pius IX. machte 1878 folgende bemerkenswerte Vorhersage über Marias Rolle zur Aufrichtung einer Weltherrschaft unter der römisch-katholischen Kirche. Wir erwarten, dass die makellose Jungfrau und Mutter Gottes, Maria, durch ihren so mächtigen Mittlerdienst erreichen wird, dass unsere heilige Mutter, die katholische Kirche, Tag für Tag unter allen Nationen und in allen Orten an Einfluss gewinnen, blühen und von Meer zu Meer regieren wird, vom großen Strom zu dem Enden der Erde, dass sie Frieden und Freiheit genießen wird. Und dann wird eine Herde und ein Hirte sein. Und dieser Hirte wird natürlich der Papst sein. Na, da brauchen wir keine Maria, um das zu wissen, denn die Bibel sagt es ja auch, dass die ganze Welt hinter dem Tier hergehen wird. Der verstorbene Erzbischop Fulton Sheen, auch so ein sonderlicher Mensch, dessen TV-Serie Millionen Zuschauer hatte, glaubte, Maria würde die Moslems zum Christentum bekehren und unter der römisch-katholischen Kirche vereinen. Und in Sheens Buch The World's First Love, Mary, Mother of God, die Welterste Liebe, Maria, Mutter Gottes, kommt er zu einigen unerwarteten Schlussfolgerungen. Bezüglich der Zukunft des Islam. Ja, er sagt, der Islam wird sich erst abneigen, aber am Ende durch Maria-Erscheinungen wird der Islam den Katholizismus akzeptieren. Das ist ja faszinierend. Faszinierend. Wir brauchen nicht alles lesen. Es ist auch interessant, dass die Protestanten diesen katholischen Bischof Fulton Sheen verehren. Robert Schuller zum Beispiel hat ein menschengroßes Bildnis gemacht von Sheen und in seiner Kirche aufgestellt. Dr. Robert Schuller sagte über Sheen, für mich ist Fulton Sheen in Herz und Verstand der klügste, brillantste und wunderbarste Christ des 20. Jahrhunderts, den ich kenne. Niemand hat mich so wie Fulton Sheen inspiriert, die unglaubige Welt durch das Fernsehen für Christus zu erreichen. Das nächste wichtige Jubeljahr kommt in 2017. Und 2017 soll ein ganz sonderliches Jubeljahr sein. Das ist, wie gesagt, ein Jubeljahr in einem Jubeljahr, über einem Jubeljahr, unter einem Jubeljahr. Also wiederum für die Kabbalisten ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Glücklicherweise, wie gesagt, brauchen wir uns nicht auf Jubeljahre zu stützen, um zu erleben, was Gottes Gnade ist. Gottes Gnade ist ständig zugänglich. Aber kommen wir, schauen mal, wie diese Menschen denken und worauf sie zielen. Was ist ihr Ziel? Papst lädt charismatische Massenversammlungen 2017 zum Vatikan ein. Franziskus sagte auch, auch katholische Charismatiker spielen eine besondere Rolle in der Heilung der Trennung zwischen Christen, indem sie geistliche Ekumene praktizieren. Es ist faszinierend, denn Papst Johannes Paulus hatte gesagt, der Heilige Geist ist derjenige, dieser Gott, den wir offiziell im Öffentlichen dienen wollen, den wir verehren wollen. Aber die Bibel sagt, der Heilige Geist wird uns zu Christus führen. Denn Christus ist derjenige, durch den wir zum Vater kommen. Also hier ist schon ein riesen theologisches Problem. Also diese charismatische Bewegung soll die Christentrennung aufheben und mit Gliedern anderer christlichen Kirchen und Gemeinschaften beten, die ebenso an Jesu als Herrn und Erlöser glauben. Jetzt wieso gerade 2017. Abschließend lud der Papst Franziskus die Menge, unter denen sich Charismatiker aus 55 Ländern befanden, ein Pfingsten 2017 auf dem Petersplatz, den 50. Geburtstag der Bewegung zu feiern. Also 2017 haben wir also ein Jubeljahr, das 50. Bestehungsjahr der katholischen charismatischen Bewegung. Das fing bei der der Casmei-Universität an in Pittsburgh, wo die Studenten und die Leiter in Zungen sprachen. Und im gleichen Jahr sprach Papst Paulus VI. auch in ekstatischer Sprache. Ich erwarte euch, alle Charismatiker aus aller Welt, Pfingsten 2017 zur Feier eures großes Jubiläums mit dem Papst auf dem Petersplatz. Also hier haben wir ein Jubiläum und das nach Papst ist der Leim, der das Christentum wieder aneinander kleben soll. Hier ist die katholische charismatische Bewegung und ihre Planung für 2017. Das Feuer entzünden, die Flamme entfachten, das Feuer verbreiten. Aber dann ist es noch ein anderes sonderliches Jubiläumsjahr. Und dann haben wir ja natürlich ein Jubiläum über ein anderes Jubiläum. Und zwar 2017 ist der hundertste Geburtstag, das sind zwei Jubiläare von 50 Jahren, Geburtstag der Erscheinung unserer lieben Frau von Fatima. Na, Fatima hat natürlich bewiesen, nach katholischer Lehre, dass Rom der Heilige Vater wieder den Mittelpunkt einnehmen würde und dass die ganze Welt einschließend Russland sich diesem System unterstellen würde, dass auch die orthodoxe Kirche wieder zusammenkommen würde. Also haben wir das charismatische Jubiljahr, dann haben wir das Fatima Jubiljahr und wenn wir jetzt noch jüdische Jubiljahre dazuzählen könnten, ja, dann hätten wir die volle Palette, das wäre ja für einen Kabbalist die Wonne. Prophezeiungen von Rabbi Judah Ben Samuel. Jetzt dieser Rabbi hatte viele Jubiljahre aneinander gereiht, so wie die Geschichte des Judentums ablaufen sollte. Und kurz vor seinem Tod im 12 17 prophezeite er, dass die osmanische Türchen acht Jubiljahre lang über die heilige Stadt Jerusalem herrschen würden. Das sind 400 Jahre, 8 mal 50, das osmanische Türchen brachten Jerusalem 15 17 unter der Kontrolle und 300 Jahre nach dem Tod des Rabbis und verloren gemäß der Weissagung Jerusalem 1917 nach 400 Jahren und so hat er die Jubeljahre so auseinander gelegt. Natürlich für einen Kabbalist ist das ein einfaches Ding um zu sorgen dafür, dass bestimmte Dinge an diesen Jubeljahren auch wirklich geschehen. So wie der Besuch des Papstes an Amerika genau nach Jubeljahr geplant war. Aber es ist schon merkwürdig, wie es eigentlich in Erfüllung ging. 2012 Rabbi Judah ben Samuel sagt 300 Jahre, dann erobern die Türken 15 17 400 Jahre, 8 Jubeljahre, ein osmatisches Reich, dann nochmal Niemandsland, 50 Jahre, in Israels Hand nach 67, in Israels Hand Endzeit und dann 2017 der Tag des Herrn. Interessant, also diese Jubeljahre kommen alle zur Spitze im Jahr 2017. Die Bibel, wenn es zur Endzeit kommt, hat keine Zeit Prophetie, wann bestimmte Dinge geschehen sollen, sondern Ereignisse werden erläutert. Also diejenigen, die sich festhalten an bestimmte Zeiten und Jubeljahren, die liegen nicht biblisch in dieser Hinsicht. Hier ist noch ein 2017 Zitat, Boiling Point, Siedepunkt 2017. Das sind auch katholische Schreiber, die behaupten, dass 2017 große Dinge geschehen werden. Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie sich im heftigsten Kriech aller Zeiten befinden und es Milliarden Tote geben wird. Der Abgrund der Hölle ist geöffnet worden und Dämonen haben Seelen zu Verdammnis eingesammelt. Der Verlust des Glaubens an Gott hat es diesen Dämonen gestattet, auf die Erde zu kommen und es kann sein, dass die Welt bald die große Trübsal erleben wird, von der die Bibel spricht. Wenige nur werden die apokalyptische Endzeit überleben. Also da ist dieser Gedanke von Katastrophen, die in 2017 beginnen werden. Also haben wir eine ganze Reihe Jubeljahr Voraussagungen, aber eines der größten ist wahrscheinlich diese, das Jubeljahr der Reformation in 2017. Die religiöse Welt veränderte sich tief greifend. Die westlichen Gesellschaften bewegen sich in der Richtung multikultureller und multireligiöser Verhältnisse, wenn sie nicht schon von diesen geprägt sind, so lautet dieses Blatt. Angesichts der Pluralität von religiösen und weltanschaulichen Prägungen wächst der Sinn für das Gemeinchristliche. Dabei behalten die jeweiligen Profile ihre besondere Bedeutung. In der globalen Gesamtperspektiv der einen Christenheit und über sie hinaus äußert sich das Verlangen kulturell, aber auch religiös, ein identifiziertes und identifizierbares Zuhause zu haben. Also dieser Gedanke, dass es jetzt Zeit ist für die Einheit, scheint und in 2017 eine ganz besondere Bedeutung zu bekommen. In einem Interview 2008 mit dem Journalisten Emil Hakenes verkündigte der jesuitische Professor Edward Kinman, der damals Generalsekretär der niederländischen Bischofskonferenz war, es gibt kaum noch einen Grund Protestant zu bleiben. Faszinierend. Den Protestantismus betrachtete er als Aktionsgruppe, die vergessen hat, sich aufzulösen und eine Gruppe, die nicht erkannt hat, wie wichtig eine globale, sichtbare Führungsperson wie der Papst ist. Und dann dieses sonderliche Zitat. Außerdem äußerte er Zweifel, ob die Reformation nach 2017, ihrem 500. Geburtstag, noch existieren würde. Und sagte, der Protestantismus sollte zur Mutterkirche zurückkommen. Naja, er relativierte seine Aussagen ein bisschen später, aber das ist die jesuitische Meinung. Und da ist kein Zweifel dran. Laut Meldung des Religion News Services soll in 2017 das Kriegsbeil begraben werden. Und sie bringen ein gemeinsames Papier hervor, die Protestanten und die katholische Kirche, die Lutheraner und die katholische Kirche und das Papier heißt vom Konflikt zur Gemeinschaft. Und was heißt es da? Es habe nicht viel Sinn, jahrhundertalte Konflikte hervorzuwühlen. In dem Dokument anerkennen die zwei Kirchen, dass die Feier im Zeitalter der Ökumene und Globalisierung einen neuen Ansatz erfordere, in dessen Mittelpunkt ein beidseitiges Schulderkenntnis und die Fortschritte im lutherisch-katholischen Dialog der letzten 50 Jahre stehen. Wiederum haben wir hier ein Jubeljahr in diesem Jubeljahr. 500 Jahre diese Jubeljahre aufeinander und jetzt die 50 Jahre seitdem diese Ekumene zwischen den Protestanten und den Katholiken geschieht. Also ein Jubeljahr in einem Jubeljahr. Naja, das ist ja wieder eine kabbalistische Wonne. Die Tatsache, dass das Ringen um diese Wahrheit im 16. Jahrhundert zum Verlust der Einheit in der westlichen Christenheit geführt hat, gehört zu den dunklen Kapiteln der Kirchengeschichte. Das ist ja interessant. Ich dachte, dass diese Tatsache gerade das dunkle Mittelalter zu Ende brachte. Wird es nicht in Englisch auch the Dark Ages genannt, die da zu Ende kamen? 2017 müssen wir offen bekennen, dass wir vor Christus schuldig geworden sind, die Einheit der Kirche beschädigt zu haben. Ich glaube, Luther würde sich im Grab umdrehen, wenn er sowas lesen würde. Aus dem Buch Der große Kampf The Great Controversy lesen wir dieses sonderliche Zitat. Das Papsttum ist genau das, als was die Prophetie es beschreibt, der Abfall der letzten Zeit. Es gehört zu seiner Politik immer den Charakter anzunehmen, der am besten seinen Absichten dient. Doch unter den unbeständigen Äußerungen des Chamäleons verbirgt es das beständige Gift der Schlange. Einem Ketzer oder der Ketzerei Verdächtigen müssen wir nicht den Glauben halten, erklärt es. Soll diese Macht, deren Geschichte über 1000 Jahre mit dem Blut der Heiligen geschrieben worden ist, jetzt zur Gemeinde Christi gezählt werden? Also nach dieser Aussage Ruhm ändert sich nie. Wie kann der Protestantismus sagen, es gibt keinen Grund mehr für den Protestantismus? Ein weiteres Zitat aus diesem Buch, nicht ohne Grund, wird in protestantistischen Ländern behauptet, der Katholizismus unterscheide sich nicht mehr so stark vom Protestantismus wie früher. Es gab eine Veränderung allerdings nicht beim Papstum. Der Katholizismus ist dem heutigen Protestantismus tatsächlich sehr ähnlich, weil der Protestantismus seit den Tagen der Reformation so stark degeneriert ist. In ihrem Streben von der Welt angesehen zu werden, hat falsche Nächstenliebe die protestantischen Kirchen blind gemacht. Sie glauben, man müsse vor allem Bösen Gutes denken. Und die unvermeidliche Folge ist, dass sie am Ende von allem Guten Böse denken werden. Statt den einst den heiligen überlieferten Glauben zu verteidigen, entschuldigen sie sich nun sozusagen für ihre lieblose Haltung gegenüber Rom und bitten um Verzeihung von ihren Fanatismus. Es ist absolut notwendig, dass wir dieses Dokument, dieses gemeinsame Dokument durchstudieren, damit wir endgültig verstehen, ist es jetzt Rom, das sich geändert hat, oder ist es der Protestantismus, der sich geändert hat? Ist der Grund für die Reformation erhoben durch eine Änderung in der katholischen Kirche oder wird die Reformation bestätigt durch die heutige katholische Kirche? Denn die Frage ist eine ungeheure wichtige Frage, denn es dreht sich ja um Erlösung in Christus, oder nicht? Also dieser Artikel kommt von Konflikt zur Gemeinschaft, ausgegeben von dem Lutheranischen Weltbund und die Lutherisch-Römisch-Katholische Kommission für die Einheit lädt alle Christen ein, diesen Bericht aufgeschlossen, aber auch kritisch zu prüfen, auf dem Weg zur vollen, sichtbaren Einheit der Kirche weitergehen. Naja, wir werden ja aufgefordert, es zu studieren, aufgeschlossen, kritisch. Komm, wir machen das mal, komm, wir machen das mal. Wir zitieren, die Tatsache, dass das Ringen um die Wahrheit im 16. Jahrhundert zum Verlust der Einheit der westlichen Christenheit führte, gehört zu den dunklen Seiten der Kirchengeschichte. Das haben wir ja schon besprochen. Im Jahr 2017 werden wir offen bekennen müssen, dass wir vor Christus schuldig geworden sind, indem wir die Einheit der Kirche beschädigt haben. Wenn Christus aus dem Mittelpunkt des Evangeliums gerissen wurde, wenn Ablass verkündigt wurde, um Würde zu verteilen, dann müssen wir uns fragen, war die Reformation nicht absolut notwendig, um Christus wieder in den Mittelpunkt zu stellen? Oder müssen wir uns entschuldigen, dass wir Christus wieder in den Mittelpunkt gestellt haben und sein Wort wieder als Maßstab zu uns nahmen und glauben an Sola Fides, durch Gnade und Gnade allein erlöst zu werden? Dieses Gedenkjahr stellt uns vor zwei Herausforderungen, Reinigung und Heilung der Erinnerung und Wiederherstellung der christlichen Einheit. Ja, wenn Rom sich geändert hat, dann wäre das ja vielleicht möglich, aber wenn Rom sich nicht geändert hat, ist das dann möglich? Der folgende Text beschreibt einen Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft, einen Weg, auf dem wir das Ziel noch nicht erreicht haben. Gleichwohl hat die Kommission für die Einheit das Wort vom Papst Johannes den 23. Ernst genommen. Das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt. Was verbindet uns denn? Wenn Christus uns nicht verbindet, was verbindet uns dann? Ist es Maria, die uns verbindet? Vielleicht. Im Jahr 2017 wird das Jahrhundert Gedenken der Reformation zum ersten Mal in einem ökumenischen Zeithalter stattfinden. Dieses Jahr wird auch das 50. Jahr des lütherisch-römisch-katholischen Dialogs sein. Also wieder ein Jubeljahr in einem Jubeljahr. Wieso feiern sie das nicht dieses Jahr? Wieso haben sie nicht jetzt gerade am 31. Oktober 2050 diese Feier gefeiert? Nein, sie müssen warten auf das Jubeljahr. Da ist eine bestimmte magische Macht in einem Jubeljahr nach ihrer Ansicht. Lutheraner und Katholiken konnten ihre theologischen Traditionen und Praktiken neu interpretieren. Wer hat neu interpretiert? Die katholische Kirche oder die Protestanten? Wobei sie sich bewusst sind, dass sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Deshalb haben sie den Wunsch, das Gedenken im Jahr 2017 gemeinsam zu begehen. Also jetzt soll es eine gemeinsame Feier sein. Das ist eine Einheitsfeier. Seit mehr als 100 Jahren verbreiten sich Pfingstlerische und charismatische Bewegungen über die ganze Welt. Diese kraftvollen Bewegungen haben neue Schwerpunkte gesetzt und manche der alten konfessionellen Kontroversen obsolet erscheinen lassen. Das ist ja faszinierend. Ein Erfahrungsgottesdienst nimmt den Platz des wortgerichteten Gottesdienstes? Ist das biblisch? Oder sagt die Bibel prüfe die Geister? Anhand wessen sollen wir denn die Geister prüfen? ist es nicht anhand Gottes? Das Wort Gottes? Also wenn das Wort nicht die Wahrheit und das Leben unterstützt, wie sollen wir dann wissen, was Wahrheit ist? Aber diese charismatische Bewegung nach diesem Dokument hat diese doktrinalen Gedanken unnötig gemacht, obsolet. Sie schafft neue Gemeinsamkeit und Gemeinschaften über konfessionelle Grenzen hinweg, die bei der Gestaltung der Reformationsgedenken 2060 eine wichtige Rolle spielen werden. Der Papst hat sie ja alle eingeladen zu dieser Megafire 2017. Was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden, schreiben sie in diesem Dokument. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. Das ist ja ein hervorragender Satz. Man kann nicht ändern, was geschehen ist, aber wie wir uns daran erinnern, das kann sich ändern. Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Ich denke, nur ein Jesuit kann sich so einen Satz ausdenken. Mit Blick auf 2017 geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Was ist denn das? Das ist eine ganz neue Umschreibung der Geschichte. Also das Alte sollen wir vergessen, wir können es nicht ändern, aber so wie wir es erzählen, das können wir ändern. Und naja, wer liest uns sowieso das alte Zeug? Wir können mit dieser neuen Generation machen, was wir wollen. Der Durchbruch in der katholischen Forschung gelang mit der These, dass Luther in sich einen Katholizismus überwand, der nicht voll katholisch war. Also das ist schon mal ein sehr interessanter Ausgangspunkt. Luther hat den Katholizismus nie verstanden und er hatte eine Widerspenstigkeit gegen einen Katholizismus, den er selbst nicht wirklich verstand. Und wenn wir erst mal verstehen, dass Luther den Kern des Katholizismus nicht eigentlich Begriff, dann können wir auch besser verstehen, warum er sich gegen diese falsche Vorstellung, die er hatte, auflehnte. Das ist ein sehr interessanter Einschub, den wir hier haben. Die Krise des Katholizismus machte verständlich, dass der religiöse Protest Luthers für viele überzeugend war. Glücklicherweise für die katholische Kirche, nicht für alle. Die Dialogpartner sind den Lehren ihrer eigenen Kirchen verpflichtet, die nach ihrer Überzeugung die Wahrheit des Glaubens zum Ausdruck bringen. Achso, ja, ihr könnt ruhig bleiben, was ihr wollt, aber wir müssen es anders präsentieren, so haben sie gerade gesagt. Artikel 33, was jedoch auf der Ebene des Ausdrucks als Gegensatz erscheint, ist in der Sache nicht immer ein Gegensatz. Okay, also wenn die Lutheraner X geglaubt haben und das war im Widerspruch zu was die Katholiken geglaubt haben, wenn man das lange genug betrachtet, vielleicht ist da kein Widerspruch. Wir müssen vielleicht ein bisschen tiefer diskutieren, bis der Widerspruch dann endgültig verschwindet. Als Luther zu dem Urteil kam, dass es für gewisse Erklärungen Roms eine biblische Begründung nicht gab oder dass sie sogar der biblischen Botschaft widersprachen, begann er den Gedanken zu erwägen, der Papst könnte der Antichrist sein. Mit dieser zugebendermaßen schockierenden Anklage wollte Luther sagen, dass der Papst Christus nicht erlaubte zu sagen, was Christus sagen wollte und dass der Papst sich über die Schrift gestellt hatte, anstatt sich ihrer Autorität zu unterwerfen. Der Papst beanspruchte, dass sein Amt mit göttlichem Recht eingesetzt war, während Luther für diesen Anspruch eine biblische Rechtfertigung nicht finden konnte. Es ist ziemlich ehrlich dargestellt, obwohl, naja, verzerrt. Als Antor darauf hielt Kaiser Karl V. eine besonders merkenswerte Rede, in der er seine Absichten darlegt, der Kaiser erwähnte, dass er vor einer langen Reihe von Herrschern abstammte, die die Verteidigung des katholischen Glaubens um des Heils der Seelen willen als ihre Pflicht angesehen hätten und dass er dieselbe Pflicht hatte. Und dann sagte der Kaiser, der Kaiser argumentierte, dass ein einzelner Bruder sich im Irrtum befinde, wenn seine Auffassung im Widerspruch zur ganzen Christenheit der vergangenen tausend Jahre stehe. Und es war ja auch tatsächlich so, Martin Luther stand allein vor Worms, hier stehe ich und kann nicht anders, so hilft mir Gott. Ja, es ist so, dass die Mehrheit immer Recht hat, es ist wirklich so, ja, da müssen ich tausende Lexington-Raucher bestimmt Recht haben. Allein durch Gnade gemeinsam bekennen Katholiken und Lutheraner allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Saving Work Christi nicht aufgrund unseres Verdienstes werden wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist und empfangen den Heiligen Geist der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und auftruht zu guten Werken. Das hört sich ja gut an, wenn man das oberflächig liest. Aber ist das biblische Heilslehre oder ist das eine Vermischung von Wahrheit und Unwahrheit? Denn das ist so sorgfältig geschrieben, dass ein Protestant glauben müsste, das hört sich ja recht biblisch an. Aber wenn man die katholische Lehre kennt, dann sieht man, dass hier ein Wurm drin ist. Ein ganz ernster Wurm. Denn allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat, die Heilswerke Christi sind wir gerettet. Das ist nicht biblisch, das ist katholische Lehre, das ist nicht protestantische Lehre. Katholische Lehre behauptet, wir werden errettet durch die guten Werke Christi. Der Tod Christi ist Nebensache. Er ist gestorben, aber nicht für dich. Er ist quasi ermordet worden. Mit anderen Worten, Christus ist nicht für dich gestorben, seine guten Werke erlösen dich. Und diese guten Werke kann er verteilen. Aber die biblische Lehre ist ohne Blut keine Vergebung. Es ist der Tod Christi, der uns rettet. Christus ist für mich gestorben, sodass Gerechtigkeit geschieht. Ich bin total abhängig von dieser Gnadengabe Christi, sein Tod. Die Bibel sagt, der Priester ist in das Heiligtum gegangen, nie ohne Blut. Und genau so ist Christus in das Heiligtum im Himmel aufgefahren, nicht ohne Blut. Es ist sein Blut, das mich rettet und nicht die Werke. Das ist eine werksorientierte Heiligung oder Rettung. Und dann natürlich die Heilslehre der katholischen Kirche sagt auch, dass Heiligung Werte dem Menschen zueignet. Er gewinnt an Wert. Wir sind nur heilig nach biblischer Lehre in Christus. Also beides, die Rechtfertigung und die Heiligung sind Geschenke Gottes nach der Bibel, dass der Mensch sich nicht rühmen soll. Also das sind katholische Lehren, die hier eingefügt sind. Luther verstand das Sakrament des Herrenmals als Testamentum, als Verheißung eines Menschen, der dabei ist zu sterben, wie sich das von der lateinischen Form der Einsetzungsworte her ergibt. Zuerst verstand Luther die Verheißung Christi Testamentum als Zusage der Gnade und Vergebung der Sünde. Die Debatte mit Zwingli veranlasste ihn noch stärker seinen Glauben zu betonen, dass Christus sich selbst gibt, nämlich sein Leib und sein Blut, die wirklich gegenwärtig sind. Der Glaube macht Christus nicht gegenwärtig. Also das ist wieder sonderlich und das ist auch wahr in einem Sinne, dass Martin Luther am Anfang der Reformation sich noch an die Messe klammerte. Er war ja ein Katholik, er war ein römisch-katholischer Priester und die Messe war für ihn das Herz und die Seele seines Katholizismus und es war sehr schwierig für ihn, um zu verstehen, dass es nur ein Symbol war und somit hatte er erst Zwischenstadiums entwickelt von Kon-Substantion statt Trans-Substantion, wo da noch eine Gegenwärtigkeit war und sie berufen sich auf diese Frühzeit Martin Luthers um zu sagen, naja, wir sind uns ja nicht so unähnlich in dieser Hinsicht. Die wahre Präsenz Christi in der Hostie. Das Vierte Lateran Konzil von 2015 gebrauchte dafür das Verb Trans-Substantiare mit anderen Worten, die Substanz wird geändert in den wirklichen Leib und Blut Christi, aber es bleibt immer noch Brot. Und Luther selbst betonte die Realpräsenz Christi im Sakrament nachdrücklich, so wird hier behauptet. Und das ist auch wahr, das war seine Frühansicht, aber wir werden ja sehen, dass die Ansicht wuchs mit der Zeit und das wird hier nicht repräsentiert. Die Frage der Wirklichkeit der Gegenwart Christi im Herrenmahl ist zwischen Katholiken und Lutheranen nicht kontrovers. Das ist ja sonderlich. Nicht kontrovers. Der lutherisch-katholische Dialog über die Eucharistie konnte feststellen, die lutherische Tradition bejaht mit der katholischen Tradition, dass die konsekrierten Elemente nicht schlechthin Brot und Wein bleiben, sondern Kraft des schöpferischen Wortes als Leib und Blut Christi geschenkt werden. Meine Güte, das ist ja sonderlich. Wenn ich zurückdenke an die protestantische Zeit, wo die Protestanten ihre Lehren verbreiteten und ich denke da an einen John Rogers. John Rogers war der Mann, der bei Tyndall übernahm, als sie Tyndall ermordeten und verbrannten, weil er es wagte, die Bibel ins Englische zu übersetzen und weil er das Werk nicht vollenden konnte, naja, hat er John Rogers weiter die Bibel übersetzt, damit die Menschen heute das Wort in Muttersprache lesen können. Aber sie haben ihn auch verhaftet und sie haben ihn auch auf den Brandstapel gestellt und da sollte er verbrannt werden, aber man hat ihm einen Ausweg geboten. Man hat zu ihm gesagt, wenn du leugnest, dass das Brot nur ein Symbol ist, sondern wirklich glaubst wie die katholische Kirche, dass es Transsubstanz wird, dass es der Leib Christi wird, dann kannst du jetzt herunter klettern und du brauchst nicht sterben. Und was hat John Rogers gesagt? John Rogers hat gesagt, ich sterbe lieber. Aber in diesem Dokument sagen sie, da ist keine Kontroverse zwischen den Lutheranern und den Katholiken mit Bezug auf Transsubstanzianz. Das ist ja sonderlich. Das ist ja sonderlich. Die gemeinsame Verständnis der Realpräsenz. Lutheraner und Katholiken können miteinander die reale Gegenwart Jesu Christi im Herrenmahl betonen. Im Sakrament des Abendmahls ist Jesu Christis wahrer Gott und wahrer Mensch voll und ganz mit seinem Leib und seinem Blut unter dem Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig. Und das können Lutheraner und Katholiken gemeinsam betonen. Das ist eine Leugnung der Reformation. Das ist ein totaler Zurückgang zum Katholizismus. Also Rom hat sich nicht geändert. Protestantismus hat sich geändert. Denn die Bibel sagt ganz eindeutig durch ein Opfer ist für alle Zeit vollbracht. Jesus hat das perfekte Opfer gebracht. Aber Katholizismus lehrt, dass jede Messe ein Opfer ist, das das Opfer am Kreuz wiederholt. Diese gemeinsame Feststellung bejaht alle wesentlichen Elemente des Glaubens an die eukaristische Gegenwart Jesu Christi, ohne die Begriffssprache der Transubstantion zu übernehmen. Also wie lösen sie das Problem? Man lässt einfach das Wort weg. Transubstantion, aber nicht den Begriff. Verbunden mit der Frage der Realpräsenz in ihrem theologischen Verständnis ist die Frage nach der Dauer dieser Gegenwart. Als Protestant müsste ich jetzt die Motten bekommen. Verbunden mit der Frage der Realpräsenz in ihrem theologischen Verständnis ist die Frage nach der Dauer dieser Gegenwart. Also jetzt wird nicht mehr diskutiert, ist das jetzt die wirkliche Gegenwart Christi in diesem Brot, sondern wie lange bleibt er jetzt in diesem Brot? Kann ich also dieses Brot da hinstellen und sagen dieses Brot des Christus, also falle auf die Knie und verehre es? Oder verschwindet die Realpräsenz irgendwo? Kann man sich vorstellen, dass denkende Menschen über so einen Unsinn diskutieren? Aber kommen wir Lesen weiter damit auch nach der Anbetung Christi als das im Sakrament auch nach der Feier gegenwärtigen Ja, das ist ja ganz sonderlich Also wie weit geht dieser Gedanke? Nämlich im Katholizismus wird die Hostie angehoben und sie wird verehrt. Sie wird ja auch bei Wallfahrten vorhergetragen und angehoben und verehrt, weil sie der Leib Christi ist, die wahre Präsenz, die Gegenwart. Aber sie ist doch nur ein Symbol nach Bibel, denn Christus ist ein für allemal geopfert. Also diese Praxis, was passiert denn damit? Sie gleichwohl nicht nur auf den Augenblick des Empfangens beschränktes und dass sie ebenso nicht vom Glauben des Empfangenden abhängt. Also Martin Luther hat immer behauptet, dass das Sakrament nichts bedeutet, wenn da kein Glaube ist. Man muss glauben und jetzt, naja, der Glaube ist nicht notwendig, denn es ist eine Realpräsenz. Das ist eine totale Übergabe an den Katholizismus mit Bezug auf das Problem, das für die Reformatoren von größter Bedeutung war, das eukaristische Opfer. Jetzt haben wir ein Megaproblem, denn die katholische Kirche behauptet ja, dass die Messe ein Opfer ist. Darum ist da in einer katholischen Kirche ein Altar. Eine katholische Kirche ist keine Kirche, ist keine Gemeinde zusammenkommen, es ist ein Tempel, es ist ein Altar und es ist ein Todeskult, denn in diesem Altar muss da immer eine Relikie sein, damit die Kraft dieser Relikie zu dem Opfer beiträgt. Die Protestanten haben diese Altäre aus ihren Kirchen rausgeschmissen und in England war die frühe protestantische Kirche rein, da war kein Altar in einer protestantischen Kirche. Es ist erst mit der Oxford-Bewegung, wo Kardinal Newman, der vorher natürlich Anglikaner war, aber weil er das Volk zurückführte in den Katholizismus, überging zum Katholizismus und Kardinal wurde als Belohnung der hat das wieder zurückgebracht und somit kamen die Altare wieder in die protestantische Gemeinde hinein. Wollen wir jetzt, dass die Lutheraner wieder ein Opfer bringen und dadurch Christi für ewig leugnen? Das sind ernste Dinge. Wie weit wollt ihr euch verbiegen? Protestanten, ich mache einen Aufruf. Kommt zurück zur Wahrheit. Da sind wesentliche Unterschiede zwischen Katholizismus und diesem heidnischen Kultus des Opfers und Protestantismus. Kommt, wir schauen mal den Unterschied zwischen dem, was Martin Luther am Anfang glaubte und was Katholizismus glaubt. Also Katholizismus steht für Transubstantion. Nach diesem Dokument werden wir das so glauben, aber wir werden nicht das Wort gebrauchen. Also was ist der Unterschied zwischen Transubstantion und Konsubstantion? Das Wort Transubstantion kommt vom Lateinischen Trans hinüber und Substantia Substanz. In römisch-katholischer Theologie bezeichnet es die Vorstellung, dass während der Messe Zeremonie Brot und Wein in ihrer Substanz in das Fleisch und Blut Christi verwandelt werden, obgleich sie äußerlich unverändert aussehen. Diese Lehre hat nach diesem Sestat von Christian Courier keine biblische Basis. Spuren dieses Dogmas finden sich in nachapostolischen Schriften und das Konzept wurde Anfang des 9. Jahrhunderts mit Nachdruck verteidigt. Also das ist rein katholische Lehre und nach diesem protestantischen Dokument ist es nicht biblisch. Aber das gemeinsame Dokument sagt, die katholische Kirche und die lutheranische Kirche sind sich einig. Was dies betrifft. Was ist Konsubstantion? Konsubstantion bezieht sich auf die Regel auf das lutherische Konzept vom Abendmahl, obwohl einige moderne lutherische Theologen den Begriff aufgrund seiner Zweideutigkeit ablehnen. Allgemein wird der Begriff aber mit Luther in Verbindung gebracht. Man glaubt, im Abendmahl würden Leib und Blut Christi sowie Brot und Wein als Einheit koexistieren. Luther veranschaulichte es mit dem Eisen, das ins Feuer gehalten wird, so dass Feuer und Eisen in dem feuerrot glühenden Eisen vereint sind, aber jeweils unverändert weiter existieren. Aber was sie nicht sagen, ist, dass dieser Gedanke der Konsubstantion nur ein früher Gedanke bei Martin Luther war. Er wuchs in seinem Christentum. Die meisten Christen haben Transubstantion und Konsubstantion abgelehnt. Martin Luther war verbunden mit der Messe im Anfang, aber er hat es aufgegeben. Und das ist der springende Punkt, dass diesem Dokument nicht aufgezeichnet wird. In dem Buch Tischreden schreibt Henry Bell zur Entscheidung des Unterhauses der Tischreden auf Englisch zu veröffentlichen. Das Buch hat ja eine ganz sonderliche Geschichte, wie es überhaupt ins Englische übersetzt wurde. Das müsste man mal lesen in dem Vorwort dieses Buches. Faszinierende Geschichte. Das Interessante ist, dass das superprotestantische Parlament damals von Englern Luthers Schriften nicht eigentlich veröffentlich wollte. Der Grund? Luther glaubte an Konsubstantion und sie glaubten es nicht. Es ist ja faszinierend, dass sie heute an Transubstantion wieder glauben. Zeigt mal, wie das Rad sich dreht. Aber das so nebenbei. Aber als sie dieses Buch lasen, wo Martin Luther in seinen Tischreden sagt, wie, was er jetzt glaubt, da haben sie sich geändert hat und gesagt, das Buch können wir veröffentlichen. Darauf erstatteten sie Bericht, datiert auf den 10. November 1646, dass sie es für ein exzellentes geistliches Werk erachteten, das englische Parlament. Des Lichtes und der Veröffentlichung wert, besonders, weil Luther in besagten Ausführungen seine frühere Meinung über die Konsubstantion im Sakrament widerrief. Darauf gab das Unterhaus am 24. Februar 1646 Anweisungen zum Druck. Also hier steht ganz eindeutig, dass das englische Parlament die Doktrinen Luthers hier überprüfte und aufgrund der Tatsache, dass Martin Luther diesen Gedanken widerrief, das Buch druckte. Aber das kommt nicht zum Vorschein in dem gemeinsamen Dokument. Da pochen sie auf eine alte Ideologie. Was schreibt denn der Martin Luther? Und was schreibt er über diese sogenannte Verehrung dieser Hostie, die nach dem jetzigen Dokument kein Problem ist zwischen Katholizismus und Lutheraner? Also soll man auch die Worte lassen bleiben und vom Sakrament reden in Suis Terminis in ihren Begriffen reden und dieses Tut soll nicht heißen dieses Opfert. Also Martin Luther sagt ganz eindeutig die Messe ist kein Opfer. Sie ist kein Opfer. Dies führt zu Streit und Zank über die gräuliche Abgotterei das Sakrament hochzuheben um es den Leuten zu zeigen was keine Billigung der Väter hat und nur eingeführt wurde die Irrtümer bezüglich seiner Anbetung zu befestigen als würden Brot und Wein ihre Substanz verlieren und bloß Form Geschmack Geruch behalten. Also Martin Luther ganz eindeutig sagt dass das Anheben der Hostie die Verehrung der Hostie eine gräuliche Abgötterei des Sakramentes ist. Na ja wie kommen sie denn dazu um dann zu behaupten dass die Lutheraner überhaupt kein Problem haben mit dieser Existenz Christi und dass es weitergehend verehrt werden kann. Lutheraner ich mache einen Aufruf kommt zurück zur Bibel auf welchem Weg befindet ihr euch auf welchem Weg hier ist die Messe vor einem Altar und na ja okkulter als dies kann es ja nicht vorgehen das ist ein Götzensymbol das ist nicht die wahre Lehre von Christi Tod wo das Brot und der Wein eine Erinnerung sind an das große Opfer das einmalige Opfer das er für uns gebracht hat dieser Altar steht auch erhöht und wie alle Altäre in der katholischen Kirche sind sie nicht nach biblischem Prinzip gebaut sondern nach heidnischem Prinzip und die meisten Kathedralen stehen ja an den alten heiden stellen und sind genau eine Verehrung der alten heidnischen Götter wie es damals war und dann noch Leichenteile in diesen Altären damit dieser Todeskult überhaupt existieren konnte aber im alten Testament in dem Tempel wo es Opfer gab durfte nichts keine Leiche je in der Gegenwart sein man durfte nicht erst teilnehmen an diesem Tempeldienst wenn man irgendwann mit einer Leiche in der letzten Woche etwas zu tun hatte ganz ganz deutlich hat Gott einen Unterschied gemacht zwischen diesem Heidendienst und der Wahrheit 2. Mose 20 Vers 26 Du sollst auch nicht auf Stufen zu einem Altar hinauf steigen damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm aber diese katholischen Altäre stehen alle auf Stufen Kapitel 27 Vers 6 Aus ganzen Steinen sollst du ein Altar des Herrn deines Gottes bauen und du sollst darauf dem Herrn deinen Gott Brand opfern und Jesaja 65 Vers 3 sagt es ist ein Volk das mich beständig in Angesicht beleidigt indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert also hier ist ein typischer Altar so wie er nicht gebaut werden durfte einer mit gehauenen Steinen oder Ziegelsteinen gebaut oder anders gebaut als Gott hervorgesagt hat und hier in der Mitte ist ein ursprünglicher normaler Altar gebaut aus ungehauenen Steinen denn die Steine stehen für den Charakter Gottes der durfte nicht gehauen werden der Charakter Christi ist perfekt der braucht nicht geschliffen werden er war ja ohne Sünde aber die Steine die in den Tempel eingebaut wurden die wurden sorgfältig gehauen und vorbereitet um dann in den Tempel eingebaut werden und Petrus sagt ihr seid diese heiligen Steine die in den Tempel eingebaut werden und wir müssen in der Steingrube der Welt gehauen und geschlagen werden damit unsere Charaktere das Ebenbild Christi repräsentieren können aber diese Altäre die Christus repräsentieren waren aus ungehauenen Steinen also Katholizismus folgt den heidnischen Weg und das anheben der Hostie eine gräuliche Abgötterei sagt Martin Luther denn das ist heidnische heidnischer Götzendienst es wird immer so viel behauptet dass der Papst so demütig ist weil er wäscht die Füße von den armen Leuten und den kranken Leuten und das wird immer dargestellt als das große Symbol der Demut die Fußwaschung war immer Teil des Abendmahls gewesen und ich möchte einen Aufruf machen dass wir den biblischen Weg gehen denn der Herr sagt so oft ihr dies tut müsst ihr einander die Füße waschen Johannes 13 Vers 13 ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht denn ich bin es auch wenn nun ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe so sollt auch ihr einander die Füße waschen es ist ein Auftrag es ist ein Auftrag Gottes wir sollten zurückkehren zu dem biblischen Weg Vers 15 sagt denn ein Vorbild habe ich euch gegeben damit auch ihr so handelt wie ich und an euch gehandelt habe und dann kommen die Medien und zeigen dem Papst die vorigen auch und Papst Franziskus wie ihr die Füße wäscht von denjenigen die er besucht und das soll Demut sein das ist Arroganz das ist Arroganz denn die Bibel sagt ganz eindeutig dass ihr einander die Füße wäscht wir sind alle Sünder und kein Priester ist mehr erhoben als ein normales Mitglied wir sind alle Sünder wir müssen einander die Füße waschen also wenn ein Prediger kommt und sagt ich wasche euch heute die Füße das ist nicht Demut das ist Hochmut wenn er sagt wir sind alle Sünder komm wir waschen einander die Füße dann ist es Demut aber in diesem Sinne er lässt sicher nicht die Füße waschen dann nimmt er also den Platz Christi und das ist Antichristus an der Stelle Jesus Christus also alles was er tut wird so verdreht dass die Menschheit denkt das ist Demut wo es eigentlich Hochmut ist also haben wir jetzt gesehen in diesem Dokument das mit Bezug auf die Eucharistie und mit Bezug auf die Sicht der Reformation gegenüber dem Katholizismus der Katholizismus sich überhaupt gar nicht geändert hat sondern dass die evangelische Kirche immer mehr und mehr in die Richtung Rom sich bewegte und damit die biblischen Glaubenspunkte aufgegeben hat und wir müssen wieder zurückkehren aber das Dokument ist nicht zu Ende wir werden im nächsten Teil weiter sehen wie schlimm es eigentlich ist möge Gott uns helfen um bei der Bibel und der Bibel alleine zu bleiben